Ich habe gerade erst diesen Sieg über Mafuyu überwunden und deshalb spielen wir jetzt erst wieder Siege, dafür aber Ranked. Secure the bomb. Schießen wir da nochmal. Lenkrad hinten links, die Schaltwirbel. Danke, danke. Bitte. Uh, hab ich das schon lange nicht mehr gespielt. Ich weiß ja wie es geht. Mach einer oben, dann mach ich oben. Ich kann oben. Mach's oben, gut. Ja, nein, ich weiß oben. Oh, ich kann überhaupt nichts mehr. Eine Wand habe ich noch, das heißt die kann ich noch machen, aber ich bin der Parz. Ja, ich bin da schön schnell. Okay, die Bravo gefunden haben, ist auch eine Cam. Die ist rein, die ist, ach ne, hab sie. Jetzt geht die weg, die Drohnen. Ich würd mich um Alpha-Kermann. Laut mitzählen bei den Drohnen immer. Hier irgendwo ist ja einer auch im Bravo Raum. Das klingt nach Süd spawnen. Süden ist schön. Irgendwo ist hier noch ne Cam drin, ich glaube ich. Ich wurde da auch gespottet. Ne, doch nicht. Süd ist clear. Dann vielleicht... Da oben an der Bäckerei. Wo? Wir sind auf diesem Vordach. Ja, Rai, wo ist das denn nochmal? Westen? Das ist da, äh... Da bei Pato. Ja, bei mir. Pato ist auch gegangen. Müssen ein bisschen mehr verteilen, nicht alle in einem Raum. Ich bleib über euch. Hier geht bei mir oben ein Fenster auf. Da ist ja alles offen hier. Da ist ja... Da ist ja... Da ist ja... Tog in... Das Library. Hier ist ein Fenster aufgegangen bei... Bravo. Äh, Leute. Wir lassen uns heute alleine gerade zu zweit. Ja, aber... Hier über mir ist eine. Hier oben ist einer. Shit! Ich muss eng rumhocken. Oh, oh, oh. Ich bin nicht weit weg. Ja, einer noch auf dem Vordach ist der... Ja, Pato. Pass auf, von hinten kann uns einer schießen. Ich komme hier oben gar nicht weg, leider. Die wissen jetzt, dass wir zu zweit sind, übrigens. Die kommen jetzt rein. Ah! Oh, hat das weh getan alles. Ich habe nur noch fünf. Okay, hast du meinen Winkel? Also, dass ich nicht... Ne, ich gucke hinter dir gerade. Die sind jetzt oben im, äh... Im... Geschenke-Raum. Wo ungefähr, kannst du sagen? Ne, die kommen jetzt gar nicht zu dritt da oben rein. Mach doch gleich mal C4 sonst ran an die... Ja, das war ich jetzt, oder? Jo, einer. Ja, genau. Nice. Sehr gut. Pass auf, Pato. Wir können jetzt von oben durchschießen, ne? Pony, ich hau hier wieder ab. Wieder ein Fenster aufgemacht. Jo. Nice. 2. Heute C4 only? Oder was ist die Challenge? Ich hab kein C4, ja. Auch nicht. Ich würde mir keine Kills machen. Na gut, müssen sie totgucken. So, hier oben... Ist, glaube ich, gerade Ruhe. Turn off, please. Risa, guckst du diesen Gang runter? Ich... Auf den... Auf den Vordach. Also hier. Vorder, ja, okay. Ich seh, ich hab nen Blick rein, aber ich komm noch nicht. Ich peek nicht. Ich lass ihn reinkommen. Kann er nachrücken. Du bist, äh, da in dem Bad, ne? Ja. Gut, dann kannst du ja noch... Oh, unter mir ist einer bei Bravo. Bei Bravo außen. Außen am Fenster. Fenster? Ja. Hier irgendwo, ja. Ja, irgendwo da. Genau. Servieren für Hostos. Ja, hängt immer noch da. Am Fenster genau bei... Bei... Bei mir kommt eine andere Seite rein von Alpha. Einmal rum. Jo, Alpha wird aufgebrochen. Der ist immer noch am Fenster. Hab ihn. Da ist... Ich wurde von draußen gekillt. Von wo? Bei Alpha? Ich seh ne... Ach da, ja, okay. LOL. Bist du das hinter mir, Riese? Nur wegen dem C4-Kill. Huh. Wo? Jener Netcode. Draußen an dem Fenster da. Oh. Shit, schon wieder gespottet. Was spottet mich denn hier immer? Oh, oh, Ubisoft. 40 Sekunden. Bei Alpha unten. Ja, das ist der am Fenster. Genau, Conny. Das Fenster da. Fenster, ja. Der Sledge hat doch nur noch einen Fitzel HP. Down. Nice. Da noch einer. Kommt raus, ist auch da. Auch bei vorne, da. Der ist bei Alpha drin. Bei Alpha im Raum. 17 Sekunden. Rechts. Rechts. Raus. Der ist raus. Fabi. Ja, da. Okay. Fühl die Zeit runter. Einschaffen. Nice. Fasten? Ja. Ist gewonnen, ist gewonnen. Ist links. Wenn du raus, ist links. Oh, der hat mich fast doch gekriegt. He. Fucking Germany. Die wussten doch, dass wir einen Puls haben. Ja. So, ich habe eine Challenge für Thatcher. Deshalb würde ich den mal nehmen. Auch wenn ich mit dem jetzt nicht so viel anfangen kann. Zweitwaffe einfach benutzen. Was? Die Zweitwaffe. Was ist Zweitwaffe? SMG 11. Ja. 17 Schuss. Hat zwar einen großen Rückstoß, aber der setzt erst ein, wenn das Magazin eh leer ist. Hä? Hab ich gar nicht. Doch. Was war denn hier? Was war denn hier? Ach nee, nee, nee. Sledge ist so. Sledge. Hä? Ich hab ja gerade schon... Sledge. Sledge. Sledge kann ich. Da sagt sie auch immer Sermite. Sermite. Ja. Die Age. Die gibt es einfach gar nicht. Ja, Sermächtig. Äh, erster Stock vielleicht? Komm hier nicht durch? Auch Bahn, glaub ich, oder? Läuf. Nee, 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 Quatsch, ganz oben. Ganz oben, ja. Toll. Schussender. Oh, bin auf der Treppe, hinter der Zappe. Äh. Ja. Jo. Hock, eine Drohne. Mich kriegt er wieder, ne? Eine Bombe habe ich. Ich spüre es. Ich spüre es. Nein. Bei dir? Ja. Die haben hier ein Loch durchgeschlagen in die Tür. Ja. Das ist doch zu sehen. You've located a Bomb. Make your way to its location and defuse it. Ich hab mir das noch beide gefunden, das ist ja schön. So, gibt's noch einen Plan? Och, Xlie, der ist ja ganz alleine da hinten. Warum mach ich denn hier einen Naser drauf? Hey, geh mal an das Fenster, Corny. Welches denn? Fenster gibt's ja viele. Ich wollte gar keinen Naser. Oh, ja. Ja, das ist einmal ganz durch. Quasi an der nordöstlichen Ecke da, das Fenster. Jo. Ja, kannst du vielleicht jemanden wegsnacken? Weil ich bin damit. Ja, ich weiß, deswegen. Wobei, hier oben ist es eigentlich relativ egal. Erst einmal der Cam checken, was da drin ist. Stimmt, ich habe auch meine, glaube ich, noch irgendwo. Alex, du hast den Diffuser. Achtung. Jajaja. Störsender, keine Fenster. Oh, bitte nicht runterbacken. Hör hoch. Anders links auf jeden Fall. Lass den Lucry auch da. Lass den Diffuser aber hier liegen, ne? Hä, was ist denn los? Gröl? Was haben die denn da gemacht? Was ist denn der Störsender? Die halbe Bar ist schon kaputt. Hä, no enemy detected, aber... Links ist einer, aber ich wollte die genau Position anlassen. Oh! Scheiße, bin ja auf einem gelandet. Äh... Ach. Weil man sich nicht weiterdrehen kann, ernsthaft. Was ist eigentlich mit dem Diffuser? Soll ich den jetzt mal nehmen, oder was? Ja, kannst du nehmen, du willst aber. Oder wolltet ihr die alle wegkillen? Also der Sichtverkässe ist grad unten rausgerannt. Ach, da ist zu, alles klar. Mach dir mal die Falte auf, habt ihr schon offen, ne? Ja, haben wir schon offen. Okay. Ähm, da unten hinter der, äh, im Humidor hinter der Bar, hinter dieser Theke saß einer. Und der andere hinter der Blitzewand. Ich werfe mal der Drohne rein. Na, Conny, da ist einer. Naja, das darf ich mir schon auf. Den hast du ja im besseren Blick. Mach keinen drüber weg. Na, ich seh nur die Füße. Ich geh da mal mit rein. Auch einer hinter, keiner hinter der Bar. Da? Ah, rechts da. Geschenkeraum. Was? Ah, von der Treppe, von unten kam einer hoch. Shit. Ist der schon oben? Nee, ich weiß es nicht mehr. Ah, da ist wieder runtergelaufen. Hm. Weiß ich auch grad nicht, was man jetzt hier machen kann. Vielleicht ist oben da mit so schlecht. Ähm, wir könnten halt nur noch eigentlich von unten reingehen jetzt, ne? In den Treppen. Lüft mal deine Handgranate in den Stacheldraht. Achso, Parto. Ja. Also, der Castle kam von unten. Und, äh... Ah, stimmt. Hinter dir ist Strom. Genau. Du müsst jetzt mal alle zusammen... Jetzt kommt der... Oh, oh, oh. Sauber. Hast du denn... Killed auch? Sauber! Ah! Hä? Jetzt rauf, rauf rauf! Sehr gut. Reloading! Nice. 2 gegen 3, das ist machbar, Jungs. Wir haben noch 50 Sekunden drin. Hm. Ja. Sag ich immer so schön. Win by Superior Aim. Dann müssen wir fast da beide runter, oder? Ja. Warte, ich nehm nochmal kurz meine Drohne, warte. Achso, ja, das schaffen wir. Das schaffen wir halt. Mach dann rechts die Wand auf hier, die ist verstärkt. Dieser Testshot. Da ist Strom drin. Da ist Strom drin. Okay, was? Ne, äh, ich seh nichts. Du darfst droppen. Ich sag dir dann den Weg. Oh, Strom drin. Warum fährst du runter? Unten ist nicht gedeckt. Geh rein. Geh direkt rein. Und dann durch zum Geschenkraum. Jo. Einfach durchgehen. Warte, warte. Der hat hier mit zu tun. Der hat's zu tun. Geh in den Geschenkraum. Und dann erstmal die Ecke wo der Strom ist. Und dann safe, dann komm ich nach. Ja, jetzt sind noch 16 Sekunden. Ja, ja. Damit wir zusammen sind. Jetzt können wir angreifen. Ja, jetzt kannst du nicht mal gerannt. Ja, dann los. Jo, ja. Ja. Das C4 kam aber ultra langsam geflogen. Ja, aber den Strom noch kaputt zu machen, das war nutzlos. Der Plan war, dass wir zu zweit unten drin sind und nicht jeder einzeln weggefragt wird und der uns abfischt. Ja, aber du hättest auch so runterkommen können. Ah, ist ja wurscht. Ich nehme wieder einen Pulse. Wo Gamma? Ich würd sagen. Kitchen ist scheiße. Bar, Cocktail Lounge, würd ich sagen. Ja. Man merkt meiner Stimme noch ein bisschen an, dass ich am Wochenende viel rumgeschrien habe. Horny? Okay. Ja, ja. Oh. 68 Meter Stacheldraht. Haben wir den Kapattelstacheln ab mit? Äh. Dann haben wir nur noch 2 Meter. Nein. So. Hier weiß ich nie, was man verstärken soll. Besten die Wände zum Geschenkeraum. Oh ja, genau. Hier müssen wir das machen. Ja, okay. Also vom Treppenhaus her? Vom Treppenhaus? Die... Ja, da kannst du auch verstärken. Das ist gar nicht schlecht. Eine wisse liegt noch. Dass sie hier quasi sich nur durch die Türen in diesen Raum überhaupt reinbewegen können. Eine Drohne war dann noch, Horny. Ja. Ich hab 2 geholt. Und wir sollten hier keinen hinstellen, der hier unten... Also der hier... In der... In der Dach... In der Dachterrasse oder wie auch immer man das händle hier... Stehen bleibt. Das geht los, das geht los. Ja. Ich geh in den Stockwerk tiefer. Ich komm mit. Oh. Kann ich mir noch die Türe hinten? Und stell mich mal so in die Mitte, dass ich ein bisschen was... ... abscannen kann. Und dann... Wieder. Wieder das gleiche System. Die kommt wieder bei das Vordach. Wo war denn das? Das ist äh... Westen. Westseite, ja. Okay. Oh ja, die machen bei mir das Fenster auf. Im Geschenkeraum. Oh. Einer ist auf dem Dach oben. Deploying Sensor! Oh, hier draußen vor meinem Fenster ist direkt einer. Der auf dem Dach oben wirft Granaten rein. Jo. Conny, kann sein, dass die gleich bei mir reinkommen? Pato, der ist über dir. Mhm. Und wo wird gefused? Surveying for Hostels! Über...über dir, Pato. Ja. Das ist in einer schlechten Position. Oh, ne. Am Ende des Treppenhauses. Oben am Treppenhaus. Wo ich eben gekillt worden bin. Wo der Castle hoch ist. Ja. Das ist weg mit mich. Ich hab die Schwerrüstkung. Allschutz gespottet. Oh. Da kommt ne Drohne, ja. Ich geh nach unten und hol die Drohne. Okay. Wir wissen eh, dass ich hier da bin. Ja. Da ist ein Schild. Oben. Ich hab C4. Lass ihn runterkommen. Conny, hast du den Gang da hinten? Ja, so ein bisschen. Ja. Der weiß nicht, wie mein Rücken gedeckt ist. Der ist aber oben. Ah, doch. Pato. Müsste den Rücken haben. Das war Stacheldraht. Das hörten wir vorher. Das ist oben, außen. Wie geht das denn? Achso, klar. Der hängt immer noch am... Ist der noch am Fenster, oder? Bei mir wird reingefused gerade. Bei Alpha. Das Fenster ist offen. Scheiße. Scheiße. Drohne ist rein. Drohne kommt jetzt oben ins Geschenkezimmer, Pato. Dieser Fenster ist offen, ne? Fabian, kannst du doch mal bitte... Bei dir außen. Bei dir außen am Fenster. Bei der Wand einfach. Ja. Da ist aber niemand an der Wand. Ab ihn. Nice. Vorne. Niemand an der Südwand. Bei mir wurde hier auch was aufgesprengt. Über Diapato immer noch einer. Okay. Ich hab den Diffuser gekillt draußen. Nice. Also vorne, hier in die Richtung war das. Okay, Conny, du hast das Fenster. Bisschen. Ich glaub, über mir ist immer noch einer. Ja. Oh. Oh, fuck. Oh. Oh. Oh, fuck. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Der ist bei mir, Breezer. Äh, der Blitz. Macht ihr das? Ich rück mich nach. Erstmal. Oh, kommt mir entgegen. Breezer. Wenn du jetzt die Treppe runterläufst, dann kriegst du ihn von hinten. Ich versuch's. Er ist schlecht angesagt. Ich bin jetzt so weit weg, ich weiß nicht, wo er ist. Kannst du an, dass du den Treppenhaus gerade einer getrutscht ist? Von der Luke? Ja, er ist hier unten noch. Ich glaub, bei uns ist hier auch einer. Meinst du da? 37 Sekunden. Oh, das war Fabian. Ich weiß es nicht. Muss ich mal festlegen, wo die letzte Preise... Ich hab ziemlich panisch geflüchtet. Hier kommt... Der Schild bei mir gerade. Ja, ich mach hier... Ich mach hier den Anker-Spieler... Ja, Bescheid. Ich hab C4. Ich hab auch C4, notfalls. Da war andere C4, außer Breezer. Ich hab meins schon nicht mehr. Hier unten beim Kühlraum ist auch der, ähm... Blitz. Hier unter mir ist er. Ich fern den jetzt nur noch weg. Einen hab ich bei Alpha. Oh, der kommt schon wieder. Oh, der kommt schon wieder. Da wo? Die planen, die planen, die planen. Wo? Keine Ahnung. Ich hab ihn, tot. Ich defuse. Achso, es sind alle. Loll. Nice. Huh. Ich hab auch gar nicht mit... Boah, war das ne Verfolgungsjagd, ey. Ganz geil. Ich hab dich nur laufen sehen die ganze Zeit. Und du hinter mir, hinter mir, hinter mir. Hier runter. Niemand mehr da. Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Er ist wie ein Paparazzo hinter mir. Er hat ständig Fotos von mir gemacht. Das war geil. Gut, ich versuch hier nen Vetscher nochmal. Wobei, ich lehn lieber was, was ich kann. Wer nimmt einer von euch, äh, Vetscher? Die müssen jetzt ja unten den nehmen, den Raum, oder in der Mitte, den im Bahnmuseum. Das heißt, ich spawne über den Weihnachtsmarkt. Dann mach ich Park Alley. Mach die Kamera weg. Ja, ich spaw auf Park Alley. Prato spawnt gar nicht. Ja. Ja. Ich guck zu. Andere Merz einfach. Wir kreisten mit einer AC-130 über der Karte. Ah, die haben unten nicht genommen. Das war aber klar. Kannst das Geräusch bitte nochmal machen? Das war so authentisch. Also wo sind die jetzt, wenn sie nicht unten sind? Mitte. Ja. Kann ich die Kamera so saven, oder? Ja. Safe die Kamera. Das war die Pumpe. Pumpe. Und die nehm ich da mit. Ah, gut. Oh, ne Tasche. Kann ich mich da so dahinter verstecken? Dann sehen die mich gar nicht. Nein, ich bin auch rein. Ich bin dran. Oh Gott, jetzt muss ich. Oh, oh. Was ist das denn? Ah, gut. Wir sind in Ruhe. Wir haben wieder einen Castlevania. Achtung. Der Affuser ist gehofft. You've located the bomb. Take your way to its location and defuse it. So, okay. Ich muss auch passen, dass die hier nebenzu erstmal was aufreißen. Ja, an der Westseite kann sein, dass ich's machen. Ja, Risa, ich mach hier mal diese Garage auf. Da hockt direkt einer links beim Fenster, oh ne geht weg, ich hab den nicht angemacht Ich hab die Kamera bei euch hinten Hat irgendjemand von euch da nen Jäger gesehen? Ich mach hier links von dir auf Fabian, nicht erschrecken Ich hab keinen Sprengsatz Pato, hast du was? Ja ich hab ne Ladung Wir haben hier aber Mute dran Ich glaub über mir trampelt ein bisschen was Jo der Gemma ist weg Ja Gemma steht am Fenster jetzt Ja, oder am Fenster Hat irgendjemand von euch nen Jäger gesehen von denen? Ah ok Der Jäger, das ist schon mal sehr gut Direkt links, rechts bei der Abombe Alex lass oben rein, oben rein, in den Gechenkelraum Ich bin hinter dir Ich fahr mal mit meiner Drohne rum Pato, auch bitte oben ans Fenster Das bei dir in den Gechenkelraum führt Ja Wir gehen da komplett rein Ich zu dir, du nimmst das Fenster da Ich hab keinen Sprengsatz Mach dir mal Das ist kein Fenster Moment Moment Ok Pato Rückschwingen Und dann drücken Drei, zwei, eins Hopp Ich geh im kleinen Treppenhaus hinten hoch Jo hab ich einen Hab noch 40 AP Gauber Pato nach da decken Ich spreng jetzt auf wieder, damit ich zu euch komm Geh mal weg da Pato Ah ne, das ist gar nicht Pato gewesen, das war Kroni Loh, ernsthaft? Ernsthaft? Fuse geht rein Ich komm da nicht durch Nichts ebisch Ich komm im hinteren Treppenhaus hoch D4 Warum liegt hier Blut? Warte Achso ihr seid da, alles schon Naja Nein, nein Wieser Was denn? Toll Seid ihr nicht zerstört? Woah, woah, Alter Oh Die HI Wieder volles Chaos Bei Bravo ist einfach einer drin Bei Alpha auch, der Rook Ne, beide, Bandit und Rook bei Alpha drin Bei Bravo, der Smoke, ein Lurker Oder war da im Jute Lurker ein Hier hab ich meine eigene Ich dachte, die wär weit genug weg gewesen Ich würd sagen, wir gehen bei Bravo rein, oder? Der Rook ist ähm bei Ich hab bei Bravo die Seitentür aufgemacht Hau mal mit, Conny, wir gehen hier unten rein Ja, bei Bravo Pato, hier kommt, du hast den Effuser Da hast den Rücken decken Stetcher, wir brauchen hier ne EMP Ich hab keine mehr Sehr gut Die Seitentür ist aber auf hier Echt jetzt? Da ist es aufgenutzt Mach da auf Achso Drum ran, nice Soll Gut, wir kommen nirgends wo mal rein jetzt Hier ist die Tür auf Hier ist die Tür auf Hier ist die Tür auf Hier ist die Tür auf, Jungs Bei Bravo Ja, das ist halt eine Tür Da ist immerhin rüber Da komm ich dir immer quer Drinnen links ist einer Drinnen links ist einer Ja, ich will jetzt Strom zerschießen Strom ist kaputt geschossen Du kannst da jetzt ranlegen Weg her Oh Gott Der ist nach unten, der ist durchs Loch gefallen Ja, ja, ja Was für ein Chaos 32 Sekunden Bravo ist frei Bravo ist frei Bravo ist frei Mach hier auf Bei Bravo ist frei Ja Bei dem, die Susa Ich bleibte Aber links an der Ecke bei Alpha Ich seh überhaupt nichts Das war das drin Das war volles Durcheinander irgendwie Ich hab einfach nur Ich hab wirklich nichts gesehen Das kann man jetzt in der Wiederholung noch Einfach unten Aha, da unten war's Einfach mal gefeuert so Oh, ich hab einen erwischt Huch Das war ja grad richtig durcheinander Zuerst setzt dann nichts mehr Dann keine Termite mehr Dann war ich Strom Alter Ich bleib mal bei Pulse Oh Gott Das war herrlich Völliges Chaos Aber doch irgendwie Ordnung Ja Chaos Ach shit Ganz ganz komisch Ne, also ihr habt Ich fand das Fand das relativ super Muss ich sagen Das sah ganz cool aus Ihr habt vier Wusstet offensichtlich was ihr tut Ich hab untenrum ergänzt Untenrum ergänzt Das klingt komisch Du hast halt untenrum agiert Ne? Ja, so Da kenn ich mich halt aus Da weiß ich wo der Hammer hängt Aber hier Küche ist halt immer wieder kacke Da weiß ich nie was ich machen soll Küche hasse ich auch Das ist der schlimmste Raum, den es hier gibt Wirklich Pony hat mich zwar zweimal gut gekämpft Ja, beste Position für den Ja, dann nehmen wir erstmal die Westen Gut Das hat sich zu viel dann auch erstmal erledigt Ich ähm Mach mal hier im Kühlraum Die Wand zu Die Wand zu Weiß ich auch gar nicht Ach, da kommt man hinten bei dieser Garage raus Glaub ich, ne? Schön hier unten ein Stacheldraht hinlegen Ich geh dann wieder eins höher Haben wir äh Westeros? Ja Das muss ich aber flitzen Ich hab noch Wände Soll ich noch irgendwo Verstärken? Alter Ja Oh Was ist denn das? Ich bin da raus gleich, wenn da einer kommt Ich geh Äh, in den Kühlraum bist du noch eine Wand hin Ja Ja, ja mach ich Ich hab noch zwei Wände benutze ich gleich Wenn ich nicht sterbe vorher Ich bin im Eisenbahnraum Ich bin mal ganz oben Ich bin mal ganz oben Externe Achso, mach's, ich wollte gerade ein großes Lauf schießen Ey, die letzten nochmal Ja, passt Gut, das waren alle Fuse Ladungen Ja, die Tür ist komplett auf Ja, die Tür ist komplett auf Oben, hier wird aufgeschlagen Gelegt Gelegt Nice War zu laut Nehmen wir hier Fenster auf Wo bist du? Ja Surveying for Hostiles Fuck, der steht denn da an dem Fenster? Ja, die Bombe Der Diffuser ist da An dem Fenster gerade gewesen Das war eine dumme Idee von mir Der Fuse steht auf jeden Fall draußen da Bei dem Fenster, was aufgesprengt ist Da kommen sie nicht mehr rein, Pato Ohne Termit Na, Schild ist da, wo ich jetzt pinge Wo pingst du? Ich sehe keinen Ping Da Ah, okay Wir nehmen noch zu weit oben Weiter rechts müssen wir den Fuse kriegen So, einen hab ich Pass auf Genau Hier schon Ne, da nicht Hast du noch C4? Ja? Pass auf, mach mal auf Das Fenster gleich Lass mich erst reden Einfach durchspringen Und rechts das C4 runterwerfen Direkt 90 Grad rechts Okay Hier? Da vorne steht Ja, da vorne steht Da unten steht da einer Oh, geh wieder rein Ja Ich hab mich nur drauf konzentriert Einfach Du hast gesagt Schmeiß rechts Direkt rechts runter Ja, ich glaub du kannst das Fenster wieder zumachen, oder? Ja, da kommt da gerade an, okay Weiß einer, was ist das? Da ist einer drin Wo? Beifer? Bei der Tür Damit ist denen hoffentlich klar, dass wir Ja, das Schild hab ich einfach an Ja, das war so dämlich Das war richtig geil Das war richtig geil Ich hab gedacht, da steht unter der Kante steht eine Bist du? Okay Er plantet links Da war noch einer Ja, das war da Nice Ja, das Schild hab ich unter Fall gesetzt Geht raus Geht rein, Smoke Von da, von da Rechts hinter euch, Achtung Der Fuse kommt jetzt auf meiner Leiche Nice Schild hab ich Meine Leiche Also bei Alpha Also bei Alpha Ja, bei Alpha kommt da rein Nice Loil Ich hab die Spielzeit stoppen gerade Du musst einfach immer nur sagen Bleibt einfach so, oder Ruhig lasst ihn kommen Und in dieser Sekunde wird immer die Runde gewonnen Ja, schön Das ist ein magisches Wort Schön, das ist ein ganz cool Da war viel Quatsch dabei Aber für die erste Runde Seit langem Echt ein großer Spaß Cool Ich finde, ich müsste jetzt auch so langsam mal wieder hier aufranken Gold 2 Gold 2 Gold 2 Boing Ja, Fetcher hab ich leider nicht gewonnen Nächste Mal dann Uh Bis dann Tschüss Au